So, ich spiele heute zum ersten Mal mit dem Analog-Input vom Jojo. Und dazu habe ich mir einen Fotowiderstand geholt. Den kann man hier nicht so richtig sehen, aber ich habe extra dunkel gemacht, damit das ganze Experiment auch funktioniert. Man sieht halt hier, und zwar ist Auslesung von dem Pin Nummer 46. Und der zeigt immer so einen Wert von 0,99 an. Und wenn ich jetzt hell mache, auf den Fotowiderstand, dann müsste sich der Wert ändern. Man sieht immer, der ist jetzt 1,0 meistens. Das heißt also, zwischen hell und dunkel kann der hier unterscheiden mit 0,01. Den liegt ein bisschen schwach, da habe ich mir was anderes erwartet. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?